Ja, hallo liebe Seher von KryptoTV, hallo armseliges Österreich. Der Roman hat schon festgehalten, hier haben wir heute im Kindergarten Rositten eine Abstimmung. Genau genommen geht es um das S-Link Projekt. Ihr habt wahrscheinlich in den letzten Tagen genauso wie ich ein bisschen Postwurfsendungen erhalten. Ich werde die da sicherheitshalber kurz rausnehmen. Der Roman wird sich natürlich noch ordnungsgemäß länger einblenden, aber damit man einfach schon mal darüber geredet hat, worum es denn da geht. So, wir haben da nämlich ganz toll einmal den Projektaufklärungsbogen. Wohlgemerkt, hochwertig, mehrseitig, bedruckt. Also da steckt einmal mehr, sehr viel mehr Geld drin. Wer sich fragt, wo es herkommt, ja in Deutschland hat die Hampelampel gerade mal offiziell 63 Milliarden vorhandackelt und ist damit eigentlich nicht mehr liquide. Unter der Hand spricht man ja inzwischen eh schon von 200 Milliarden. Das heißt, der deutsche Klimapaketswandel ist ein bisschen vorbei. Zum Thema Klima, das weiße Zeug, der Roman hält es fest, dass da auf die Autos liegt, ist nicht das Kokain-Eigenbedarfs-Restzeug vom Herrn Teichtmeister, sondern das ist tatsächlich Schnee, also kristallines Wasser, weil wir heute, das habe ich noch gar nicht erwähnt. Ich erwähne an der Stelle mal wieder, dass der Roman an der Kamera ist. Ganz viel lieber, Power-Meditation frühmorgens. Wir haben es nämlich noch nicht einmal achtet, dass dieses Zeug heute am heutigen Tag dem 26. November bei uns rumliegt, weil wir die Klimakleber einfach zu wenig mit Kartoffelpüree und sonstigen beworfen haben. Ich habe mir sagen das hilft. Also wenn das nächste Mal einen auf der Straße pickt, Kartoffelpüree, Ketchup oder irgendwas fest draufhauen, dann wird es wieder warm. So, sei es wie es sei, das war also das Hochwertige. Wesentlich weniger hochwertig, man merkt schon, auch weniger steif, ist dann quasi das Gegenprojekt Stopp-U-Bahn. Der Roman filmt es kurz ab, er wird es aber trotzdem noch ausführlich verlinken. Und wie gesagt, allein der Punkt, dass es da um 2,8 Milliarden Euro gehen soll, rund mal auf, weil es ist ein Bauprojekt, werden also eh mindestens drei, ist eigentlich schon ein guter Grund dagegen. Und dazu gibt es dann noch von einer anderen Geschichte, die für eine Mobilitätswende aber auch Nein zum S-Link sind, einen netten Flyer, den wird der Roman dann auch in irgendeiner Form verlinken. Mir ist klar, das mit dem Verlinken bringt aktuell wenig, weil der Stichtag wäre der erste heute. Und da seid ihr, liebe Seher von KryptoTV, als auch das rechtliche armselige Österreich, wie das zahlreiche Publikum hier zeigt, noch nicht so eifrig wie wir frühmorgens unterwegs. Wer hätte das gedacht? Es ist halb acht morgens. Ja, ich sage ja, es ist noch nicht einmal acht in der Früh. Da geneigt das österreichische Volk an einem Sonntag natürlich zu schlafen. Das tut es aber an den anderen 364 Tagen im Jahr auch. Deswegen sind wir ja da, wo wir sind. Das Schöne ist, im Moment haben wir, der Thomas Breit hat einen Bericht dazu gemacht, aktuell glaube ich, die höchsten Corona-Zahlen aller Zeiten, aber nachdem die Medien gerade nicht darüber berichten, weiß es keiner und es geht auch. Sei es wie es sei, ich wäre natürlich nicht der alte Schwurbler, der ich bin, wenn ich die Chance, so frühmorgens unterwegs zu sein, nicht auch nutzen würde, um einmal mehr ein bisschen aktiv zu sein. Und der Roman ist natürlich wunderbar, als Krawalljournalist mir dabei zu assistieren, beziehungsweise es festzuhalten. Dabei kann er gleich einmal einen Zegel festhalten, nämlich diesen hier. Das Thema WHO ist ja von uns schon mehrfach verarbeitet worden, angesprochen worden und dergleichen. Aber nachdem wir natürlich wissen, dass wir aufgrund des gewaltigen Einsatzes unserer Seher, als auch aufgrund der Tatsache, über das die Systemmedien unglaublich gut berichten und dass ja das Volk, wie schon erwähnt, grundlegend in dieser Wahldemokratie immens aufgeweckt ist, einfach noch nicht ganz aufgeklärt werden wir da einfach, weil wir, wenn nicht wir, noch nicht ein bisschen Infomaterial her da. Sollten wir heute hier ein paar Menschen zusammenkommen. Ein ganz kurz Druck zum S-Link. Wir haben ja mal eine tolle Diskussionsrunde geführt mit mehreren Menschen über die Vier und Wider dieses Projekt. Ich glaube, das Video konnte man einblenden. Damals bei den Gelben initiiert worden, dieser Informations- und Diskussionsabend. Und ich glaube, da kann man eigentlich alles erörtern und erfüllen, was geht's und... Das ist richtig. Du hast mir jetzt in meinem Plan ein bisschen vorher rausgegriffen. Kann aber natürlich keiner wissen, was ich so geplant habe in meinem total selbstverliebten Gerede und meinem auch so mit Herzen gefüllten Kopf. Ich hätte das oben dann bemerkt, wenn ich reingehe, dass du dann inzwischen diese Videos verlinkst. Aber ja, es stimmt, wir waren in der Sache natürlich schon aktiv. Wir werden ja demnächst irgendwas über das Krisensicherheitsgesetz machen. Das haben wir auch schon vor langer Zeit angesprochen. Aber wir werden es trotzdem erwähnen, weil, wie gesagt, der geneigt es eher und noch vielmehr der allgemeine österreichische Bürger kriegt dir eh nichts mit und tut dir eh nichts. So. Jetzt nochmal ganz kurz. Ich brauche dir mal den Erststreifen. Ekelhaft, wenn dieses weiße Zeug da rumliegt. So. 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 Und wo bin denn ich zu Hause? Also, damit man es weiß, jeder Österreicher hat vom Magistrat so ein Infoblatt bekommen. Ich bin 12.01. Naja. Wichtig ist, es wird zu dem Thema wahrscheinlich noch ein, zwei Abstimmungen geben. Wie gesagt, wer dieses Video sieht, hat die heutige ja schon verpennt. Aber man hat dann noch die Option, bei der nächsten dabei zu sein. Wichtig ist ein Lichtbildausweis mitnehmen. Nachdem der Roman die Videos, die wir dazu schon gemacht haben, schon erwähnt kann man die da jetzt dann, wie von mir geplant, einblenden. Ich gehe jetzt mal mein Kreuzchen machen. Frohe schaffen. So. Achtung, Ameisen. Gut, ich habe das dann auch filmen, wer sich da aufhalten darf. So. 12.01, 12.01, 12.02. Und wie ihr seht, Malerkrepp, das haben sie sich von Elvis abgeschaut. Und jetzt, zu der Einblendung des besagten Videos. So. Da haben wir jetzt die erste Hürde genommen. Ich muss jetzt mal schauen, ob wir da eventuell... Nein, haben wir gerade keine mehr mit. Egal. Das war recht nett. Da sitzen insgesamt vier Menschen an einer Kindergarten. Tischgarnet-Uhr überreichen einem den Abstimmungszettel, nachdem sie sich davon überzeugt haben, dass man ist, wer man sein soll. Und ja, dann soll man das Kuvert nicht zukleben, weil das einfach auch ein Erschwernis ist, zwecks mal auszählen. Und während ich mein Kreuzchen an der richtigen Stelle gemacht habe, Herr Roman wird das Büdel einblenden, habe ich dann im Hintergrund die Unterhaltung gefragt, soll man jetzt das Geschlecht dazuschreiben oder nicht? Und es hat geheißen, das Geschlecht soll nicht genannt werden. Ich habe dann gesagt, ich bin ein alter weißer Mann und ich fühle mich heute maskulin. Ich war gestern das Regenbogen einhorn, also Sie dürfen ruhig männlich dazuschreiben, aber ich glaube, Sie waren gar nicht so weit. Sei es wie es sei, wir haben hiermit unsere Bürgerpflicht und ein bisschen Aufklärungsarbeit erfüllt. Wir fahren jetzt weiter zum nächsten Spot, vorausgesetzt wir kommen dort lebend an, denn wir haben ja nicht nur gerade wieder das weiße Zeug und Kälte und Risiken, sich zu verkühlen und eventuell einen grippalen Infekt zu bekommen, weil wir keine Masken mehr tragen, sondern wir haben aktuell ja auch die Chance, von der WHO am Reißbrett entwickelten nächsten Pandemie teilzuhaben. Das heißt, das Ganze lief einst unter dem Motto Sears und ist nach der Reißbrett-Geschichte des Event 201, sprich Corona, und einem kurzen Zwischeninterment zu der Affenbocken, wo Österreich glaube ich 3 Millionen für 4 Patienten ausgegeben hat, Näheres dazu zu sehen bei RTV Privatfernsehen, haben wir jetzt wie gesagt Sears und wir werden jetzt einmal mehr alle sterben. Es wird sicher eine Impfung und eine Auffrischung und einen Booster geben. Jedenfalls, also wenn wir das alles überleben, geht es zum nächsten Spot und der ist ein bisschen heikel, da werden wir dann schauen, ob der Roman euch teilhaben lässt oder nicht. Soweit, so gut. Wir werden jetzt erstmal der Kälte, den frühen Temperaturen und dem allgemeinen Wahnsinn entgegentreten und ja, damit bin ich einmal mehr raus. Wir machen jetzt eine Power-Meditation. Papa! Ich habe gehört, dass sie nicht zukleben soll. Ich habe gehört, dass sie nicht zukleben soll. Ich habe gehört, dass sie nicht zukleben soll. Mhm. Mhm. Untertitelung des ZDF, 2020